und macht dich bereit genau wie soll jetzt mal gucken gucken oh da hat schon einer geschossen hab ich gar nicht gehört wahrscheinlich wieder so ein level 20 typ ich glaube das ist hier irgendwie in diesem neuen haus drin hoch hier warten ja bist du das ja ich war das die grad hinter dir hinterher läuft hast du platt gemacht super da kommt noch eine platt kopf ab so gehen wir mal schön hoch hier naja hoch auf die leiter was ist denn hier wo kommt man hier kommt man gar nicht rein oh nicht drin ja stimmt und hat mir voll viel getan ja so maschine an machen warum auch immer hier ist das ding karte aktualisiert super ach muss man in die andere richtung ach da ist es also quasi hier rüber ne ja mhm oh oh schnell schnell raus aus dem wasser da wieder diese scheiß viecher naja ich hab wieder was gehört irgendwie oh da hat doch einer auf mich geschossen ne ich hab geschossen ach du warst das ok oh nein der hat mich vorher getroffen ne ich blute jetzt das warst du aber eben nicht eben ne so das muss hier oben irgendwo sein ne mhm witzig die können nicht unendlich laufen ne dann kommt diese linge da mhm bei der lunge auf babylon so muss wohl hier in dem haus sein oder noch weiter dahinter es ist dahinter ist dahinter ja in diesen komischen schuppen hier in dem groß ok oh da wirft auch noch was mh mhm 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 so umgefallen ja das ist oben wie kommt man hier nach oben bestimmt von hier draußen irgendwie weiter so ich hab's hier ich bin schon unten und warte ich glaube in die richtung hier links von uns gibt es auch noch einen hinweis das ist ja näher nähen gehen wir den links hier ja das ist wahrscheinlich theoretisch könnte man sich wenn man zu zweit spielt sogar aufteilen dass der eine das eine hindernis nimmt und der andere das andere oder so stimmt ja da würde man wahrscheinlich ein bisschen schneller sein aber danke alter die hunde hinter uns und du kannst dich mit dem verband verbinden dann blutest du nicht so viel ah ja stimmt so alles war und es wird schon wollte die sind aber echt fix ich weiß nur nicht wo hier geht es weiter oah ich mich erschrocken kommt der denn her der aus dem gebüsch steigt aber man sieht jetzt nicht wo die den verbannen ist die frage ob man dann auf der karte mehr sieht ich weiß es gar nicht vielleicht machen die das sogar so dass sie sich aufteilen das kann sein auch nichts irgendwie ich höre schon wieder hunde ich werfe meine brandbombe macht das alter diese kleinen beschissenen blutegel eben vorsicht oh gott hinter dir ist auch eine ja ich weiß alter nur die fetten viecher haben wir jetzt hier am hacken ein fettes fleischkopf einer hat mich kaputt gemacht weil das wie bei remmen from the ashes du musst mich mal wieder belegen danke 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 was gut ist du kannst spritzen und sowas auch setzen während du läufst das ist nicht verkehrt das stimmt verbrennung stopp das ist irgendwo hier ich folge dir mal unauffällig ich weiß noch nicht wo hoh 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 alter der war aber flink oh 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 nein, hier ist wieder so eine Saatmutti. Wow. Das ist mein Molli. Äh. Genau, komm mal zu mir, weil da ist ein Fass. Warte mal, das brenne ich mal ab. Das wirst du explodieren, ne? Ja. Hier ist noch eine Mordkiste. Ja, Mensch, fall endlich um. Jetzt blenden wir wieder alles. Wo ist denn dieses Ding? Das ist doch irgendwo direkt hier vor uns, oder? Hm. Ich glaube, ja, ich sehe es auch schon. Genau. Ach, hier. Hm. Oh nein, die haben schon das Zweite. Alter, krass. Ja. Na gut. Hm. Auch da gibt es einen Hinweis. Nicht, dass sie in der kommen, ey, diese Hunde sind echt bestimmt richtig übel. Ja. Ja, es gibt echt nur diesen einen Hinweis. Ach da, die machen das, sag. Ja, okay. Hm. Oh, da hat es die Mutti zerlegt. Ja. Ich höre sie ballern. Ich auch. Rechts irgendwie. Ich bin der Mann, der, der muss hier rechts irgendwo ballern. Ich weiß nicht, ich höre es eher von links. Alter, der will mir mal ausweichen, der Drecksackel. Wo ist er denn? Ah, hier im Gebüsch, wo ich umgefallen bin, war der. Oh ja, ich bin auch reich tot, ja. Ich habe ihn rechts gehört, ey. Das ist ein Sack. Aber der ist auch mal nur nach rechts und links gelaufen. Also jetzt bestimmt auch kein Pro-Gamer oder so. Ja, das ist ja komisch. Ich habe die echt so links gehört auf meinem Kopfhörer. Vielleicht kann auch sein, dass ich mein Headset falschrum aufhabe. Ich wahrscheinlich, weil die waren ja da, wo du meintest. Ja, genau. Und das ist auch witzig, wenn man sein Headset falschrum macht. Ja, auf jeden Fall. Das ist mal ein extra Handicap. Ja. Hat es dich auch platt gemacht, oder? Ja, ja, ich bin auch tot. Okay. Okay.